Hi Leute, wir spielen gerade die dritte Folge von Minecraft PE. So. Zwerde fest. So. Holzform. Ach, äh, und der Zockerboy LP hatte leider keine Zeit. Ja, deswegen konnte ich mir auch nicht mit dem spielen. Ja. Aber das nächste Video wird wieder, ja, wird er wieder da sein. Wenn das nächste Video kommt, weiß ich noch nicht. Aber, ja. Bis dann. Gibt es schon noch andere Videomaterialien. lamm kann über Wind jours aufrecht nehmen. Wie geht es schon über die Zeit? Und dann und dann gigantic glectew COP Live. temos Schl poisoned. Ja. Musik. Da الل慢owner. statistics hat eher vieler als Ur pre CaGo. Und in der Himmere ich aber auch nicht alle. Und dann hierzu. Und dann wird diestream. Ja, Holz brauche ich eigentlich nicht. Ja, Holz, das ist wie es Holz aufbauen. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur flennen. Dann hatte ich eigentlich alles beisammen, was ich bräuchte für die Pfeile. Krafte mir jetzt erstmal eine Werkbank und ein Stück. Eine Holzspitzhocke ist das erste, was ich nehme. So. 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 ich habe also ich habe eisen gefunden ja und darauf habe ich mir jetzt ja eisenbrust und eisenhose gekraftet oder eisenschwert leg dich nicht mit mir an heißt das fleisch ich habe im bett gecraftet ich habe kurz hier wird man schon mal zwei ach ich habe noch einen ofen ich glaube ich werde gehadet Oh, jetzt habe ich halt vier Pfeile. Ich habe immer noch keine Spide gesehen. Ich bin eine Spinde. Ich möchte nicht einen Bogen haben. Ich habe aber zum Ende gefallen verraten. Und ich möchte dann zocken über den P-Bogen. Bitte, 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 bitte verratet das nicht. Das wird eine Überraschung werden. Ja. 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 kurz reingucken ob hier noch was ist ich werde gleich gekickt was soll mit den 12 ja bruchstellen machen ich weiß nicht schreibt es in die kommentare und bis dann